Was geht Leute und einen wunderschönen guten Tag. Ich wollte bevor das Video beginnt, wollte ich nochmal sagen, vielen Dank für die ganzen Dislikes beim letzten Video. Vielen Dank für die 21 Dislikes. Habt euch lieb Hater. Danke an die 23 Likes an die Roni Army. Jetzt viel Spaß mit dem Intro. So, da sind wir auch wieder. Heute haben wir, spüren wir das Rennen, Roni TV Rennen. Also Rennen für Roni und die Crew. Endlich hat mal einer aus der Crew ein Rennen erstellt. Dankeschön an Ellie an der Stelle. Auf der Party könnt ihr mal Hallo sagen. Hallo. Hallo. Auf jeden Fall, vielen Dank nochmal für die ganzen Dislikes in der letzten Folge. Hammer, Hammer, Hammer. Geil. So, alle Crewfarbe, da finde ich mich sehr geehrt. Also alle, die dieses Video sehen, ein Like kriegt der schon mal von mir für die ganze Crewfarbe hier. So, okay. Mal gucken, was ihr hier gemacht habt. Roni TV Rennen. Ich bin gespannt. Oh, sorry. Ich konnte nichts mehr tun. So. Okay, bis jetzt ist das Rennen nice. Okay. Ja, hier bin ich reingefallen. Okay, nice. Das wäre nett, wenn jemand anders noch so ein paar Rennen erstellen würde. So. Bis jetzt ist es nice. Okay, hier könntest du noch einen kleinen Boost machen, würde ich sagen. Aber passt schon. Ja, ja. Schreibe bitte Ellie in den Kommentaren, wie lange du für dieses Rennen gebraucht hast. Also ich schätze mal so drei Stunden. Oder? Es sind ja eigentlich nur Rohren. Rohren gehen ja eigentlich schnell. Ungefähr. Und ich habe, ich kann wieder nicht fahren. Geht schon. Das ist ja ein schönes Rennen. Ein paar Sekunden später. Jetzt ist es hier. Ein kleiner Baufehler ist hier, weil, guck mal. Ich muss erst mal bremsen. Ja, jetzt läuft's. Ein kurzes Rennen. Ähm. Ja, ich kann dazu jetzt nicht viel sagen. Also, F1 ist, also okay, nix gegen Ellie oder so. Aber es ist einfach gebaut. Das sieht man daran, weil es sind ja nur Rohren und dann hier ein bisschen geradeausstrecke. Es ist nicht schwer gebaut. Aber ich glaube, dafür hast du eine Stunde gebraucht, denke ich. Weil länger kann man für dieses Rennen nicht brauchen. Aber, ähm, eine Punktevergabung von 1 bis 10. Meiner Meinung ist es die 6. Ähm, ist ja Geschmackssache. Für mich ist es die 6. Und was sagen die in der Part? Die letzte Reihe, wie viele Punkte gibst du? Ja, auch nur 6. Eggeson? 5. 5. Okay. Dafür, dass es aber ein Rohrlitz vor unser erstes Rennen ist, kriegst du einen Punkt noch und leider zu 7, weil du hast das Rennen erstellt. Ein kurzes Video mal wieder. Es kommen ja hier nur noch kurze Videos. Ich sage, haut rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und schreibt bitte in die Kommentare 1 bis 10, wie findet ihr das Rennen? Ist zu kurz gemacht. Ein bisschen länger und ein bisschen schwieriger. Das hätte ich noch gerne. Dann aber beim nächsten Mal vielleicht, wenn du noch ein Rennen erstellst, schauen wir, ob das geil war. Haut rein. Aber das war auch geil. Also nichts. Kann man nichts sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.